Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Fiederlinge mit acht Beinen anzunehmen bei Erse Werker in Wustwacht. An dieser Position befinde ich mich hier in einem Gebäude, aber muss für die Quest sowieso hinauslaufen. Da zeige ich euch auch das Gebäude von außen. Ihr wisst es und ich darf nun 20 Gallenzahnspinnen töten. Da zählen anscheinend diese kleinen hier auch dazu. Mal schauen. Jawohl, 2 von 20. Davon gibt es hier in der Gegend viel mehr. Die wurden anscheinend gerade getötet. Ich laufe nun hier in dieser Mine. Mache hier auch die Map auf. Hier stehe ich. Und da gibt es noch viel mehr von diesen Spinnen, wenn sie nicht gerade getötet wurden. 9 von 20 geht recht flott. Bin hier allerdings auch auf einem Beta-Server, wo nicht so viele Spieler sind. So, hab von diesen kleinen einen Haufen zusammengepullt. 17 von 20. Nun, weiß ich nicht, ob ich hinausgehen soll und draußen weiter töten oder hier drin. Ich laufe hinaus. 18 von 20. Zwei dürfte ich leicht draußen finden. Im Zweifel warte ich auf respawn. Da wäre schon mal eine große Spinne. Hier die zwei Arbeiten angehauen. Quest ist bereit zur Abgabe. Zum abgeben darf ich hier in dieses Haus laufen, wo ich die Quest auch angenommen habe. Quest ist abzugeben bei Else Werker in Rustwab an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Vielen Dank.